Audio Post Geklickt Gehört Und plötzlich ist alles dunkel. Stromausfall. Kleine und grössere Stromschwankungen zeigen uns auf, wie abhängig wir eigentlich sind von der unscheinbaren Steckdose. Die Stromproduktion ist immer komplexer geworden, darum kommen solche Stromschwankungen immer wieder vor. Die grossen Anbieter versuchen dies auch unter der Hoheit des Swissgrid auszugleichen. Andreas Wiesler ist Computerspezialist und berät als Inhaber der Firma GoSecurity Unternehmen und Privatleute zum Thema Computersicherheit. Der Experte weiss, ein Stromausfall kann gefährlich für PC und Festplatten werden, egal ob der Saft wenige Sekunden oder lange Stunden weg ist. Nicht die Dauer, sondern der Stromausfall selber ist hier das Problem. Werden genau in diesem Moment Daten gespeichert, sind sie vermutlich defekt und können nicht mehr wiederhergestellt werden. Ist es dummerweise gerade eine Systemdatei, kann sogar das komplette System beeinträchtigt werden. Der schlimmste Fall, deswegen ziehen wir bei Gewitter immer den Stecker aus der Steckdose, kann teuer werden. Ein Blitzschlag kann verheerende Folgen haben für den Computer. So kann es sein, dass er total zerstört ist und nicht mehr verwendet werden kann. Zum Glück hat Andreas Wiesler von GoSecurity Tipps, wie jeder von uns PC und Co. schützen kann. Ich empfehle generell, einen Überspannungsschutz zu verwenden. Entweder zentral im Haus oder über sogenannte Stromleisten mit Überspannungsschutz. USVs können ebenfalls eine gute Möglichkeit sein, sich vor solchen Blitzschlägen und Überspannungen zu schützen. USVs? USV steht übrigens für unterbrechungsfreie Stromversorgung. Und wer ab Nummer sicher gehen möchte, schafft sich ein Notstromaggregat an. Bei den Stromleisten spielt das gar keine grosse Rolle. Da funktionieren alle in etwa gleich. Bei den USVs würde ich darauf achten, wie viele Geräte dahinter betrieben werden, wie viel Strom das die auch ziehen. Anhand von dieser Angabe finde ich dann auch das passende Gerät. Sie sind neugierig geworden? Besuchen Sie Andreas Wiesler online auf gosecurity.ch. Unser Experte lässt Sie garantiert nicht im Dunkeln stehen.